In der Villa der vergebenen Männer hingegen geht man den Tag um einiges entspannter an. Besonders Fabio kommt auf seine Kosten. Heyla! Na, mei. Das ist echt Kunst, weißt du? Das ist alles in der richtigen Stelle. Ja, Fabio hat es richtig genossen. Der konnte ja gar nicht genug kriegen. Ich bin voll konzentriert, ich will es dir. Vanilla hat einen geilen Popo. Ich muss ehrlich sein, also nicht jeder Popo klatscht gleich, weißt du? Ich habe meine eigene Theorie. Warte, komm hier. Auf jeden Fall musst du erstmal anvisieren. Scannen, ausdrucken, zählen, die ist sehr wichtig. Unsere Paare wurden sowas von auf die Probe gestellt. Noch mehr Versuchungen gibt es hier und ihr habt die Folge noch nicht gesehen, dann klickt ganz schnell hier. Abonniert, ich bin vollkommen. Abonniert, ich bin vollkommen. Abonniert, ich bin vollkommen. Abonniert, ich bin vollkommen.